Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zu Harry Potter und wir haben in der letzten Folge Umbridge hier im Wald verscharrt, also nicht wortwörtlich, aber was ist dieses Ding hier? Vögel kannst du mit Krach verscharrt, ich baue ein lautes Objekt, okay, ähm, wir haben sie hier in den Wald gelockt, weil wir gesagt haben, Rumbledore wäre hier, was natürlich völliger Schwachsinn ist, allerdings hat sie das nicht verstanden. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch machen können, vielleicht gibt's hier irgendwo, ich muss Vögel verscheuchen, indem ich Krach mache, außerdem ertaube ich gerade, ah, Musik ein bisschen drunter regeln, so, baue ein lautes Objekt, aber ich kann hier noch nichts bauen, ist das Problem, noch fehlen mir scheinbar irgendwelche Teile. Und das Ding, upsala, kann ich noch nicht fahren, okay, hier haben wir noch ein bisschen was, ich habe auch gar nichts an Zaubern, oder, oh, ein Dealer Stein, halt, stopp, so, habe ich irgendwas, ne, ha, oh, ein lautes Objekt, ich meine, hier liegen Einzelteile, aber, die bringen mir irgendwie auch, upsala, auch noch nix, ist denn hier gar nichts, hier liegt auch noch was, was mir aber auch nichts bringt, was ist denn da los, warum ist denn hier nix, ich komm, warte mal gerade, äh, Optionen, Videoeinstellungen, ist das hier, Helligkeit, Kommt, macht einfach ein bisschen, so, ein bisschen heller, dann seht ihr und ich auch mehr, ähm, da komme ich auch nicht lang, vielleicht übersehen wir irgendwas wichtiges, auch wenn ich mich gerade frage, warum hier Teile liegen, wenn ich sie nicht nutzen kann, die hier, das verstört mich ein bisschen, Hier liegen auch Teile rum, die kann ich aber auch nicht nutzen, ah, sieh mal einer an, das Ding habe ich vergessen, geht doch, So, oha, Haha, geil, palim, palim, Wie auch immer, auch so eine bescheuerte Idee kommen mit so einem Auto, ne, Ah, klar, und jetzt machen die mal, ja, Ja, natürlich, Logik wird in diesem Spiel groß geschrieben, Vielen Dank fürs Wegräumen, Schau mal erst, was es hier noch gibt, kann ich das irgendwie, Nein, okay, Hier noch irgendwas, auch nicht, Los, weg da, oh, 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 schlaf des todes was man wie gesagt auch früher hätte sagen können aber ihr gesagt das schafft man ob aller mir nach herr musste jetzt hier durch muss er weiter sorry komm hergrop nur noch kaputt geht's an welchen sie mit so ist fein so gut gefällt mir schön so 30 steine wie immer ausbaufähig aber egal so schauen was in der schule wieder abgeht mittlerweile hat harry auch nur noch visionen und kopfschmerzen und das ist ja schlimm aber ich glaube ich weiß was jetzt kommt ich bin mir nicht sicher hundertprozentig aber ich glaube ich weiß es jawoll wir fliegen jetzt auf testralen ja Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sie haben Black ermordet. Die Schweine. Oh fuck. Oh fuck. Oh, laufen, laufen, laufen. Ich muss hier raus. Ich muss schnell hier raus. Nicht? Oh Gott. Ich bringe dir alles ein. Was bringt mir das? Egal, beeil dich einfach. Ah, schwarze Magie. Wow, das hab ich gar nicht gesehen. Was ist das denn hier? Kann ich einfach weiterlaufen? Ich kann theoretisch einfach weiterlaufen. Okay, natürlich. Oh Gott, das Gewehr ist kaputt. Run, du stirbst. Nicht run. Ah. Jawoll. So, ihr miesen Todesser. Könnt mich alle mal. Was kann ich damit machen? Ah, werfen. Ha! Nummer 1 befreit. Schwarze Magie wahrscheinlich wieder, ne? Okay. Ich brauche dich. Und zwar brauche ich deine Tierfähigkeiten. Off, off. Mach mal hier frei. Ey. Ich brauche das Teil doch. Und. Nummer 2. Gehst du wohl bitte auf? Danke. Oh, ein Amboss in die Fresse ist nicht so geil, glaube ich. 3. Gut, ein Stein macht auch nicht viel mehr Spaß. 4. Ein Neu noch. Das ist Nummer 5. Na, nicht Nummer 5. Oder kann ich das Skelett auf den werfen? Ja, kann ich. Geil. Alle befreit. Perfekt. Na, komm her. Rot, 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 rot. Aua. Ja, Maul halten. Ja. Alter, die ist gut. Okay, so ging das Schutzschild. Ah, warte mal. Idee. Ich kann doch einfach... So nicht. Ich kann doch einfach... Schutzschild bauen. Roten Zauber aussuchen. Perfekt. So kann man es nämlich auch machen. Oh. Machen. So. Perfekt. Na, komm schon. Belletrix, du ziehst einfach den Kürzeren. Vergiss es. Sag ich doch. Fuck. Ah. Ah. Hmph. Ah-ha. Hm. Oh. Oh. Voll geil, Alter. Perfekt. Oha. Nicht gut. Nicht gut. Zu viel Feuer. Wie krieg ich den weg? Hier sind so Wasser-Dinger. Kann ich damit... Also ist jetzt Wasser... Hat er nicht irgendeinen Wasserzauber? Hat er nicht. Oh Gott, One-Hit. Irgendwie... Ah, ich kann abschießen. Kann ich... Au! Warte, wie krass ist der bitte? Ich hänge hier fest. Ich komme hier nicht raus. Ah, guck mal hier. So. Nicht mit mir, Kollege. Ah, hier kann ich aufmachen. Ha, 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 ha. Verkackt. Löschen wir ihn. Alter, der viele Herzen. Es geht Schnell einsammeln Und Fatsch Ach, da oben steht er Ja, ist ja gut Ich werde da Zeug einsammeln, du Affe Los, Wasserball in die Fresse Geht das? Hahaha, es funktioniert Sehr gut Du schaffst mich nicht Perfekt Okay, drei Herzen noch Oha Krass, das wird das jetzt Vergiss es, ich block das alles ab Okay, du blockst, ich zauber Und Weg mit dir Geil Na komm Versuch doch Du hast noch zwei Herzen Du schaffst mich eh nicht Ich blocke alles ab Boah, die Teile werden auch mal fetter Alle Hopp Ein Herz Okay, jetzt komm Duell Versuch's Versuch's Ah, schade Er lässt sich nicht drauf ein Wahrscheinlich für ihn auch besser so Oh, es geht schneller voran Aber das hilft dir nicht So Das hilft dir überhaupt nicht Nein Dumbledore Du musst auch schon blocken Schön Schön Huh? Pa! Boah, Alter. Was ein Kampf. Fudge freigeschaltet. Ja, ja, haben wir gesehen. Gut, dass Dumbledore da aufgetaucht ist. Das hätte das ziemlich böse für uns ausgesehen, glaube ich. Geschichte beenden. Oh. Sieh mal eine an. Ja, 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 ja. sehr schön damit wäre ja nummer fünf abgeschlossen 11 prozent ja kommen kommen noch zwei jahre da kommen zwar auch nur auf 33 nicht 100 alles passt schon so schön das kann weg machen so winkelgasse ich übersagen ich mache jetzt hier einen cut ihr könnt mir gerne mal schreiben wie ihr das fünftige schuljahr fandet wie es umgesetzt wurde klar wird halt viel rausgeschnitten aber sonst wäre das spiel auch 100 stunden lang ich fand sehr cool ich bin mal gespannt wie sie jahre von 6 gleich werden und wir sehen uns dann bei der nächsten folge wieder wenn es gefallen hat gibt gerne daumen nach oben und bis zum nächsten mal tschüss